Schlussversuch! Sehr gut gemacht von Wolter! Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance, vielleicht müssen Sie das tapen! Geht da rein! Da ist das Tor und damit lebt Sie vorne! Er versucht es! Der Ball ist drin, da kann der Torwart nicht drankommen! Das könnte die Chance werden! Stindl! Der Ball ist drin, Sie gehen in Führung! Er lässt seinen Gegenspieler stehen! Da kommt der Schuss! Chicharito! Da hat er super reagiert, weiter also unentschieden! Er schießt! Schießt er eben rein! Damit sind Sie in Führung! Da kommt der Schuss! Da ist der Torwart da, gut gemacht! Das war natürlich mit viel Risiko! Mit zu viel Risiko! Der Schiedsrichter wird in dieses Jahr werfen! Wer überpasst!